Wir sind eine Bedrohung für Sie. Ein Virus auf Ihrer Festplatte. Und Sie werden erst locker lassen, wenn Sie Ihren kleinen blinkenden Cursor auf uns gerichtet und uns in den Papierkopf verschoben haben. Wir sind eine Bedrohung für Sie. Okay. Wir sind eine Bedrohung für Sie. 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 Wir sind eine Bedrohung für Sie.